Fänden Sie es gut, wenn hier das Champions-League-Finale stattfinden würde? Ja, das finde ich gut. Weil die letzte, die letzte war sowieso eine Heimniederlage. Ja, ich finde es ganz gut. Als Fußballfan ist es natürlich interessant, weil das Champions-League-Finale hier ausgestrahlt werden würde. Oder hier gespielt werden würde. Da bin ich dabei, klar, Logo. Wir haben eine Revanche mit 2012, wo wir gegen Chelsea verloren haben. Ja doch, München denke ich schon. Also als Stadt hat viel zu bieten. Ich finde es wirklich gut. Und wie hoch rechnen Sie sich die Chancen aus, dass München ein Austragungsort sein könnte? Vielleicht 80 Prozent. Das kommt auch auf die UEFA drauf an. Ich weiß nicht, wer noch mit dem Rennen ist. Von dem her, ja, 50-50. Warum nicht? Ich schätze 70 Prozent. Es kommt darauf an, wer sich noch bewirbt. Die letzte war sowieso eine Heimniederlage. München hat das beste, schönste Stadion in Europa.